Hi, ich bin Vincent, E-Commerce und Projektmanager bei der Shopify-Expertenagentur Tante E. Und in meinem Vortrag werde ich gemeinsam mit Adrian auf den Online-Store 2.0 eingehen, auf das Update, welches jetzt zugegebenermaßen schon ein paar Tage in der Vergangenheit liegt, aber für uns deshalb nicht weniger interessant ist. Sprich, wir gucken uns an, welche neuen Features es so gibt, wie man Seiten dupliziert, um noch mehr Content über seine Brand auf Shopify zu positionieren, wie man es schafft, dynamische Quellen zu verbinden und Metafield-Verbindungen herzustellen und noch viel, viel mehr. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du vorbeischaust in unserem Vortrag. Bis dahin. Ciao.